Hallo, Nix hier. Heute sind wir im Fight Club, ähm, bei der Felsenstadt, oder im Felsenstadt, und machen heute die Mission nur ab 12, also wie ihr, glaube ich, im Textil gelesen habt. Ihr könnt einfach erstmal, ähm, hier alles unterzuchen, dann bekommt ihr so eine, eine Einladung, hier, und könnt ihr einfach hier direkt wieder raus, und redet dann mit diesem mysteriöses Kind. Und, schau, ich hab eine Einladung, dann gebt ihr den, ähm, die Einladung, und, genau, kämpft, also, ja, kämpft mit den kleinen Kindern. Genau. Ja, 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 okay, hm, okay, dann geht ihr erstmal mit dem mysteriösen Kind, geht ihr nicht, dann müsst ihr erstmal mit der anfangen. Ja, was nehmt ihr, ist eigentlich egal. Ich glaube, hier ist es sogar egal, was ihr wählt, aber ich bin mir natürlich nicht sicher. Aber ich denke, es ist egal, weil ihr werdet, ähm, so eine bestimmte Anzahl an, verlieren, und eine bestimmte Anzahl gewinnen. Ihr könnt es auch gerne in den Kommentaren schreiben, auch wenn ihr was anderes wählt, ob es klappt. Ich hab irgendwas gewählt, also, es müsste aber trotzdem klappen. Ja, nur ab 12. Und so habt ihr die Mission, oder, Errungenschaft, nur ab 12. Danke fürs Zuschauen, bye! Schreibt gerne in die Kommentare auch, ob ihr was anderes gewählt habt, und ob das trotzdem geklappt hat. Also dann, schönen Tag noch! Und dann, wie immer die Kommentare kommen, они Publicator, haben eine Herausforderung in die Kommentare und auch استmehringe fliesst unlock. Und dann, was soll ja noch genau das alles genug sein, dann schauen wir, bien bitстрelt이스. Und dann, wie mit子